Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mal von einer ganz anderen Location. Ihr wollt wissen, was es ist? Ich auch. Schaut mal da. Ganz genau. Der Heiko, der hat sich einen neuen Laden geholt. Der hat seine alte Bruchbude einfach zugemacht und hat hier in Polz sich einen neuen Laden geholt. Und was der Heiko da gemacht hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Let's fall deep down, love. TikTok, time's out, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Don't think twice now, you got dreams and I got dreams, so let's open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around it. Maybe we can dive right in. Alter, was soll das werden? Das hat einen Laden und eine Rumpelskammer. Wieso? Sieht doch schon gut aus. Ja. Ganz genau, wir sind hier in Heikos neuen Laden, den er gerade fleißig am Aufbauen ist, mit viel Liebe zum... Ich glaube, das musst du noch mal festmachen. Ja, ganz genau, wir sind hier in Heikos neuem Laden, den er gerade mit viel Liebe zum Detail, wie ihr gerade eben gesehen habt, am Aufbauen ist. Heiko, was ist das Chaos hier? Das Chaos, das hast du mit veranstaltet und ich beseitig es gerade. Ganz genau, ich kann euch auch sagen, woran das liegt, weil der Heiko kam auf die Idee, hey, lass uns mal umziehen und wir haben das in ein paar Tagen bestimmt, den ganzen Laden irgendwie auf Palette zu bringen und hier rüber zu karren. Oh ja, das war sehr interessant, Andi. Das war eine sportliche Leistung. Ich glaube, das war mehr wie sportlich. Das war eigentlich geil zu schaffen. Ja, aber wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir dabei, den Laden aufzubauen. Und nächstes Jahr geht es tatsächlich schon los. Am 12.01. eröffnen wir diese Bruchbude, diesen tollen Laden hier vom Heiko. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gern dabei sein. Kommt einfach nach Polsch, falls ihr in der Nähe seid. Auch wenn ihr von Berlin kommt, das lohnt sich. Der Heiko gibt ein paar Bratwürstchen aus, habe ich gehört. Ja, und? Ja, geil. Ein paar gibt's. Also, am 12.01. die Eröffnung unseres Ladenlokals hier in Polsch und in Zukunft unsere Videos natürlich auch aus diesem schicken neuen Ladenlokal oder Location, wie man heute sagt. Ja. Ich hab Spaß dran. Freut mich. Absolut. Und weil der Heiko so viel zu tun hat, war es das auch heute schon mal wieder mit diesem Video. Ein relativ kurzes Video. Aber nächstes Jahr geht es bei uns weiter. Seid gespannt. Wir haben noch ein paar tolle Projekte, die wir für euch geplant haben. Und ja, falls ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, die verlinken wir wie immer jetzt irgendwo da, wo ihr sie gerade seht. Ansonsten wünschen wir euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, am 12.01. gibt's hier Bratwürstchen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Sag mal, wie kann man denn so viel Schwätze ohne Luftsohle? Weiß nicht. Das ist ein Talent. Hast du. Schaffen wir das bis zur Eröffnung? Was? Das Ding hier stehen zu haben? Der Laden steht dann. Das Gebäude? Ja. Der Laden steht. Der steht am 1., am 2.01. steht der Laden. Das ist ein Talent. Immer. Das ist ein Talent. Ich bin ein Talent. Das ist ein Talent.